Grüß euch Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Eigentlich soll ich gerade mein Best of 2018 online gehen. Aber da mein Computer zu wenig Speicherplatz hat und es sich näher mal ausgeht, kommt heute das Video online. Wir bauen da gerade ein Schanzen, also der Fuchs und mein Bruder. Und da habe ich gestern schon Peck drüber gerissen. Heute würde ich auch gerne Peck drüber reißen, aber gestern bin ich so hart reingefahren, dass mein kompletter Brustkorb wehtut und bei jedem Einatmen spüre ich es halt. Und das tut nicht recht. Jedenfalls bauen wir da Chancen. Die reißen oft 3er, Peck, 5er, solche Sachen. Außer 7er, genau. Ja, viel Spaß mit dem Zusammenschnitt. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. 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 Ich kann immer abwechseln, Skivideos, Vlog und so, wie ich es eh gemacht habe. Jedenfalls kommen meine Videos wieder Sonntag 12 Uhr. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.